Untertitelung des ZDF, 2020 Akt Jerry Check Max Attacks 2 Seconds Longer Ah, ok, ich verstehe Ok, Jerry Können wir wahrscheinlich ditchen Ok, also was wollte ich gerade sagen, genau, wir waren letztes Mal dabei stehen geblieben Dass Wir uns mit der Spaghetti beschäftigt haben Und jetzt wieder auf der Suche nach Papyrus sind Hält Ice Cap Kompliment Und jetzt wieder das hier Ice Cap war glaube ich Ignore Nein Nein Jerry ist wieder da Return of Jerry Jerry Ignorieren wir Ice Cap mal weiter It seems defeated Ok Return of Jerry Jerry Mercy Spare Act Jerry Tschüss Jerry Ok Man, what a dick Hier geht's nichts Also müssen wir vermutlich weiter nach hier unten Oh Also ist da oben rechts doch irgendwas Da ist ein Switch in the snow Klick Ok Also Kommen wir weiter Da ist ja auch was hinten vielleicht Nö Ist das? Ha Hh Dang it Doki assault you Act Doga me und Doga resa Das ist aber ziemlich, äh... Undodgeable. Okay, doch. But you smell just as weird as before. Smell mystery. Flup. Au. Es gibt kein Mercy. Ah, scheiße. Wahrscheinlich roll around. Au. Okay, roll around in the stud and snow. You smell like a weird puppy. Don't touch my hot dog. No! Na, Mauszeiger auch noch ein Bild. You cannot give up just yet. Alex, stay determined. Wenn ich könnte, würde ich weitermachen. Wenn es mich lässt. Ah, es lässt mich. Und dann switch. Knuck. Blr. Mal wieder Jerry. Oh Gott. Sighing. Und Jerry. Act. Jerry. Ditch. Tschüss, Jerry. Snowdrake war love. Okay. Snowdrake können wir ditchen. Dann ignoren wir jetzt noch Ice Cap. Nochmal ignoren. Ups. Denget. Ice Cap nochmal ignoren. Hier ausweichen, hier ausweichen. Okay, nice. So, zwei gesperrt. Und Jerry wird geditscht. Tschüss, Jerry. You won. Done. Hier durch. Jetzt müssen wir die zwei Hunde nochmal bespaßen. Und wenn es interessiert, da kann man sich auch nicht bewegen. Act. Roll around. Re-sniff. So, jetzt riechen wir ganz okay. Okay. Äh, nee. Pet. Ah, man kann also fast genau stehen bleiben Oh, fetten wir noch sie A dog that fettes dogs Amazing Oh, einmal hier rüber geswitched Aha und spare you won Danke, seltsamer Hund Turn every X into an O Then press switch Floop Ah, du schon wieder Left it Fret not human I, Masterchef Papyrots will make you all the pasta you could ever want human human how do I say this you were taking a long time to arrive so I decided to improve this puzzle by arranging the snow to look more like my face I 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 Für Yep ich Ich da ist und das und das und das und das und links so und ab nach rechts jetzt steht er da rum, okay, da steht noch einer du bist doch eher mir am follow und ups, ich will dich nicht attackieren sondern Giftshort, Undecorate eh okay okay, jetzt können wir Mercy, Spare und gehen und dann sollten wir auch nochmal schnell unsere vielleicht Hallo da sagen okay, geht keiner, war ein Schade Item Monster Candy waren 10, korrekt okay, HP maxed out it's a door flup, 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 flup daraus schlussfolgerecht, dass wir hier noch nicht lang müssen oh, da hast du einen Vorschlag hm okay, dann gehen wir doch erst nochmal nach da oben rechts naja, jetzt müssen wir nochmal gegen den Kollegen kämpfen naja, toll aber das dürfte diesmal kein Problem sein wir kennen ja die Reihenfolge wenn man das nur irgendwie abkürzen könnte na komm ok, act, greater dog, beckon da ist er, act, pet asleep aufgewacht petting the ground with its paws play spits on the ground picks up all the snow in the area and brings it to you dog is very tired ow ok, greater dog pet pet nochmal petten ok und spare und tschüss Hund hallo 40 Gold und weiter geht's so, Hund ist besiegt ne, ich sollte vielleicht erst nach der Rechtskanung mal gucken, was da abgeht Brücke ziemlich hohe, ziemlich lange Brücke hm, Sons und Papyrus behold the gauntlet of deadly terror der Hund der hat das Wort vergessen weitergeht xs und spräh Oh, weh, oh, weh. Ist fast so ein bisschen sehr Pokémon-Feeling gerade. Uh, Shop und ein Save-Point. Moment, check mal die Truhe. Was hat das drin? Nö. Ah, wir können doch unsere Nice Cream auschecken. Item, Nice Cream Info. 15 HP. Oh. Okay. Dann, was ist das? Undersnow Tunnels. Undersnow Tunnels. Also daher kommt Weihnachten. Gorilla Bees. Oh. Oh, irgendwie sehr sympathisch, die alle. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Und gehen mal in den Shop. Aber erst speichern wir und das war's für heute. Dann hoffe ich, die Episode hat euch gefallen, ihr hattet Spaß. Wenn dem denn so war, denkt dran, ihr könnt gerne unsere Videos gleich in unseren Channel abonnieren. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von der Barcade, bye Leute. Vielen Dank.